Neuer Samstag, neue Chance. Es ist 19.25 Uhr. Herzlich willkommen zur Ziehung der Lottozahlen live hier aus Saarbrücken. Ja, wer heute Lotto gespielt hat, der hat es sicherlich natürlich auf unserem Jackpot abgesehen. Tja, wer da aber ran will, der braucht auf seinem Schein natürlich die Zahlen, die jetzt gleich hier aus unserem Ziehungsgerät fallen. Hier bei uns im Studio ist natürlich wie immer im Vorfeld alles ordnungsgemäß überprüft. So sind sie es gewohnt. Deswegen können wir jederzeit loslegen. Ich drücke die Daumen in allen. Viel Glück. Tja, zum fünften Mal in Folge ist er nun nicht geknackt worden. Unser Jackpot, da sammelt sich natürlich einiges an. Und vielleicht wird das ja heute ihr Tag. Es warten rund 13 Millionen Euro im Jackpot. So viel hat sich mittlerweile wieder angesammelt. Und hier kommt die Glückszahl Nummer 1 an diesem Samstag. Die 23. Ja, richtig großes Glück hatten drei Spieler bereits am Mittwoch. Das waren genau die drei, die einen einfachen Sechser hatten, also ohne Superzahl. Dennoch kann sich da jetzt jeder über rund 300.000 Euro freuen. Weiter geht's bei uns mit der 30. Und wenn sie heute beim Spiel 77 ebenfalls ein Kreuzchen gemacht haben, dann ist das eine weitere Chance, um Millionär zu werden. Also es braucht nicht immer sechs Richtige plus Superzahl. Denn im Spiel 77 geht's heute um rund zwei Millionen Euro. Weiter geht's mit der 31. Und zwei Spieler, die dürfen sich über jeweils 100.000 Euro aus der Zusatzlotterie Super 6 freuen. Und das Geld geht dieses Mal nach Berlin und einmal nach Nordrhein-Westfalen. Glückwunsch dazu. Und wir sind schon bei Lottozahl Nummer 4, der 45. Ja, und erwähnen muss man natürlich mittlerweile auch mal wieder Lottozahl 3. Die ist jetzt nämlich schon seit unglaublichen 41 Ziehungen nicht mehr ausgelost worden. Am 26. März das letzte Mal. Und auch heute scheint sie nicht dabei zu sein. Die vorletzte, die 28. Damit ist Lottozahl Nummer 3 auch aktuell Schlusslicht. Denn unsere diesjährige Statistik bisher natürlich, sie wurde in diesem Jahr erst zweimal ausgelost. Lottozahl 24, aber ebenfalls nur zweimal. Die letzte Zahl für heute, die 37. Das sind sie also, die sechs Richtigen vom heutigen Samstag. Und mit denen geht es jetzt um unseren Jackpot. Und dazu braucht es wie immer natürlich die passende Superzahl. Ich drücke noch mal die Daumen in einen Fickleck. Insgesamt sind es heute bei uns 36,9 Millionen Euro in der gesamten Ausspielung. Und es geht, wie ja schon gesagt, um rund 13 Millionen Euro bei uns im Jackpot für die sechs Richtigen von eben mit der heutigen Superzahl. Die goldene Mitte, die goldene Mitte, die 5. So, dann schauen wir uns doch nochmals alle Gewinnzahlen von heute in der richtigen Reihenfolge in unserer Übersicht an. Hier sind sie. Weiter geht es mit den Gewinnzahlen der Zusatzlotterien. Die werden ja bereits immer im Vorfeld zur Liveziehung ermittelt. Und los geht es mit der Gewinnzahl im Spiel 77. Wie gesagt, heute rund zwei Millionen Euro wert. 6,0, 5,4,2,7,3. Und noch die Gewinnzahl der Lotterie Super 6. 5,0, 8,7,6,6. So, auf lotto.de können Sie wie immer nochmals alle Gewinnzahlen von heute nachlesen. Und heute Samstag, also natürlich auch die der Glücksspirale. Das war es von uns. Das war Lotto am Samstag. Ich bin nächsten Samstag wieder für Sie da. Jetzt am kommenden Mittwoch. Da wartet auf Sie Kollege Nina Assisi. Um 18.25 Uhr geht es los. Bis dahin Ihnen allen noch einen schönen Samstagabend. Tschüss, machen Sie es gut. guessiot. Jörg. bla 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 bla. Hallda.